Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den E.ON RWE Deal rund um die Übernahme von Energy und weiteren Beteiligungen. Der Hintergrund von dem Ganzen ist folgender. E.ON und RWE waren in der Vergangenheit mal die größten Energiekonzerne Europas. Die hatten überall Beteiligung, waren natürlich mit Abstand die größten Energieversorger in Deutschland, aber eben auch schlussendlich die größten Energiekonzerne in ganz Europa. 2016 haben beide Konzerne verschiedene Schritte gewagt, um sich da mal ein bisschen zu verkleinern oder eben das Geschäft aufzuteilen, um zum Beispiel auch kartellrechtlich etwas weniger auffällig zu sein. Und dadurch hat zum Beispiel RWE eine neue Tochtermarke erschaffen. Das ist die Energy. Die kennt jeder. Das ist die junge, hippe Tochtermarke von RWE, die eben für die Zukunft steht, die für erneuerbare Energien steht, die für Innovation steht. Während RWE ja eher durch fossile Energie, den Hambacher Forst und solche Sachen, durch die Kohleenergie vor allem bekannt ist, heutzutage zumindest. Auf der anderen Seite hat E.ON gleichzeitig sich gesagt, naja, wir werden die Marke E.ON stärken. E.ON ist die junge Marke für die Zukunft, für erneuerbare Energien, für innovatives Geschäft. Und dafür schaffen wir jetzt Tochterunternehmen, einerseits Juniper. Juniper hat dann praktisch das fossile Geschäft übernommen, also Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke. Und heute ist Juniper mittlerweile auch komplett veräußert und ist mittlerweile Eigentum vom Fortum-Konzern. Das ist der finnische Energieversorger. Gleichzeitig wurde eine weitere Tochter wieder auferlebt oder praktisch auferstanden lassen, nämlich die Preußen Elektra. Preußen Elektra war vor der Erschaffung der E.ON mal eine der größten Energiemarken in Deutschland. Seit den 1920er Jahren gab es die. Und Preußen Elektra ist heute praktisch die Tochtergesellschaft der E.ON, die die Kernkraftwerke innehat. Durch diese Aufteilung sah es erst mal so aus, dass der Markt ein bisschen aufgewirbelt wird, dass man sich ein bisschen individueller bewegen würde und dass eben sich die verschiedenen Unternehmen mit ihren verschiedenen Beteiligungen auf verschiedene Sachen konzentrieren würden. Anfang 2018 wurde dann aber etwas bekannt, nämlich, dass E.ON vorhat, Energy zu übernehmen. Und RWE das Ganze ganz gut findet. Also RWE praktisch den kompletten Anteil an Energy verkauft an die E.ON. Das würde bedeuten, dass die Marke Energy verschwindet und komplett im E.ON-Konzern aufgeht. Energy als ja die Konkurrenzmarke für das junge und innovative Geschäft würde dann also praktisch komplett verschwinden und die gesamten Kunden, die gesamten Assets, die Anlagen, eigentlich die gesamte Markenkraft würde dann eben übergehen zum E.ON-Konzern. Dadurch würden natürlich extrem starke Marken, die schon wieder annähernd an Monopolisten erinnern, entstehen, sodass hier natürlich ein Fusionskontrollverfahren gestartet wurde. Das Bundeskartellamt in Deutschland und die EU-Kommission in Europa stellen eben die Frage, ist das wirklich gut für den gesamten energiewirtschaftlichen Markt, wenn es diese Neuaufteilung geben würde. Und dieses Fusionskontrollverfahren läuft jetzt eben noch ungefähr einen Monat ab Veröffentlichung dieses Videos, bis zum 21. September 2019. Bis dahin gibt es eine Entscheidung, ob dieser Deal, dass Energy zu E.ON übergeht, komplett in der Form jetzt durchgehen kann. Vorher gab es ja schon zwei Entscheidungsschritte, nämlich einmal, dass RWE diese Erzeugungsanlagen von E.ON mit übernehmen könnte, dass praktisch RWE jetzt der größte Anbieter von Kraftwerken und erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen werden würde. Und genau dazu hat die EU-Kommission zugestimmt. Das darf passieren. RWE hat praktisch schon einen Check, einen Haken dahinter und darf diese Sachen dann übernehmen, wenn das Gesamtverfahren durchgehen würde. Einen weiteren Check vom Deutschen Bundeskartellamt gab es dafür, dass RWE 16,67 Prozent Anteil an der E.ON-Gesellschaft, an der Holding praktisch übernehmen würde und damit eine extrem starke Finanzbeteiligung natürlich hätte. Damit würde RWE gleichzeitig größter Aktionär von E.ON werden, was natürlich irgendwie auch Ironie der Geschichte ist, aber gleichzeitig natürlich auch für RWE ein extrem interessantes Geschäft bedeutet, weil sie ja selbst die Energy-Marke aufgeben. Aber das, was Energy jetzt bei E.ON mit einbringt, natürlich auch wieder über die Dividenden als Aktionär wieder mit reinnehmen können in ihren eigenen Gewinn. Das ist eigentlich eine sehr clevere Idee. Aber jetzt gibt es eben noch eine dritte Stufe in diesem gesamten Fusionskontrollverfahren und das ist jetzt alle das, was E.ON übernehmen würde aus dem Energy-Konzern heraus. Und da gibt es eben noch jede Menge Fragezeichen, die eben bis Ende September 2019 zu beantworten sind durch die EU-Kommission. Das würde ja bedeuten, dass die extrem starke Konkurrenzmarke Energy komplett verschwinden würde. Die haben natürlich auch verschiedene Tochterunternehmen, zu denen wir gleich nochmal kommen, unter anderem ja auch Netztochterunternehmen, also Stromnetz und Gasnetz, die zum Energy-Konzern gehören. Und E.ON hat ja auch verschiedene Tochterunternehmen, die im Verteilnetz sowohl im Strom als auch Gas relativ stark aufgestellt wären. Durch diese Fusionen würde E.ON plötzlich 50 Prozent des deutschen Stromnetzes und etwa 20 Prozent des deutschen Gasnetzes besitzen. Und das ist schon ziemlich viel und das sieht auch schon nach einer ziemlichen Monopolstellung aus. Und zumindest würde es deutliche Vorteile in der gesamten Lenkung des Netzmarktes mit sich bringen. Und genau das ist eben eines dieser Fragezeichen, die da gerade noch gestellt werden. Durch diese Fusionen würde natürlich gleichzeitig E.ON der vielleicht größte Vertriebler, also die größte Energiegesellschaft Europas werden, weil sie dann europaweit gleich mal 50 Millionen Kunden hätten und allein in Deutschland statt jetzt ungefähr 6 Millionen, 14 Millionen Kunden hätten. Durch eben die Übernahme der Energy und der Energy-Töchter. Und das ist dann schon eine extrem marktdominante Positionierung. Und genau deswegen werden da auch diese Fragen gestellt, ist das in Ordnung, geht das so? Weil natürlich kann man dann nicht nur jede Menge Kunden mit Energie beliefern, sondern man kann natürlich auch jede Menge Geschäft da herum schaffen und man hat jede Menge Kundendaten, aus denen man natürlich auch noch verschiedene Dinge jetzt gerade im Rahmen der Digitalisierung machen könnte. Es würde natürlich auch bedeuten, dass E.ON jetzt mit Abstand die größte Metering-Gesellschaft werden würde, also mit Abstand der größte Messstellenbetreiber und zwar sowohl der größte grundzuständige Messstellenbetreiber, weil ja 50 Prozent des Stromnetzes zu denen gehört, als auch natürlich der größte wettbewerbliche Messstellenbetreiber bei E.ON Metering und Energy Metering jetzt schon die wahrscheinlich zwei größten Gesellschaften in Deutschland sind. Also das ist tatsächlich auch nochmal ganz interessant. Weitere Fragen gibt es hier rund um die Elektromobil-Ladeinfrastruktur und ganz allgemeine Energiedienstleistungen. Also da gibt es jede Menge Punkte, bei denen der E.ON-Konzern jetzt richtig marktdominant und marktbeherrschend werden würde. Genau deswegen haben von der Videoaufnahme aus gesehen, gestern am 26. August insgesamt 10 große Regionalverfahren, Stromversorger in Deutschland ein Gegenpapier veröffentlicht, bei der sie praktisch das Fusionskontrollverfahren darum bitten, hier ganz klar zu sagen, Obacht, das geht so nicht. Diese zehn Gesellschaften sagen, das ist so nicht freigabefähig. Diese marktbeherrschende Stellung von E.ON würde der deutschen Energiewirtschaft ganz und gar nicht gut tun. Und sie stellen eben auch verschiedene interessante Forderungen. Die erste und auch schon sehr starke Forderung ist, dass E.ON sowohl die eigene bisherige Discounter-Tochtermarke E.W. Einfach als auch die Discounter-Tochtermarke von Energy, E.Primo, beide veräußern soll. Weil E.W. Einfach als auch E.Primo sind ja dann auch Töchter von E.ON, sind gleichzeitig sehr starke und interessante Marken, bei denen nicht sofort klar ist, dass die zu E.ON gehören und können dementsprechend die sowieso schon marktbeherrschende Stellung noch mal umso schlimmer machen, noch mal erweitern. Und genau deswegen sollen diese beiden sehr starken Töchtermarken veräußert werden, möglichst unabhängig voneinander an Wettbewerber, damit die eben auch in Zukunft als Wettbewerber gegen E.ON den gesamten energiewirtschaftlichen Markt hier weiter unterstützen würden. Gleichzeitig soll E.ON die Regionaltöchtergesellschaften von vor allem der Energy veräußern. Energy ist bis heute schon die Muttergesellschaft von zum Beispiel N.VIA-M, von den Pfalzwerken, von der Sywag. Und genau diese sollen jetzt eben auch an Wettbewerber veräußert werden, sodass da insgesamt ungefähr wieder 4 Millionen Kunden freigesetzt werden würden in den Wettbewerb, was ungefähr ja die Hälfte des Zuwachses für den E.ON-Konzern bedeuten würde. Das heißt, sie würden ja trotzdem 50 Prozent von dem, was sie haben wollen, bekommen und die anderen 50 Prozent gehen an den Wettbewerb. Das klingt jetzt erstmal relativ fair und relativ gut für den gesamten Wettbewerb. Eine weitere ganz zentrale Forderung ist, dass E.ON alle Stadtwerkebeteiligungen, bei denen sie also Aktien von Stadtwerken halten, bis auf unter 25 Prozent, also auf unter eine Sperrminorität, veräußern, sodass sie eben nicht mehr so eine Lenkungswirkung auf diese verschiedenen Stadtwerke haben würden. Gleichzeitig soll E.ON die Netzbeteiligungen, also das Eigentum an Stromnetzen und Gasnetzen, so weit verkaufen, dass sie nicht über 33 Prozent, also ein Drittel des gesamten deutschen Marktes, kommen würden. Und sie sollen dann eben auch für die nächsten zehn Jahre nicht mehr an neuen Stromkonzessionsvergaben und Gaskonzessionsvergaben teilnehmen, was schon eine ganz schön krasse Forderung ist, aber auch eben durchaus verständlich, wenn man bedenkt, dass E.ON jetzt auf 50 Prozent des Stromnetzes kommen würde und auf 20 Prozent des Gasnetzes. Das ist schon ganz schön viel. Und schlussendlich, und das ist vielleicht die insgesamt krasseste Forderung, wenn man sich den Zukunftsmarkt des Meterings anschaut, E.ON soll die beiden Töchter E.ON Metering und Energy Metering verkaufen und zwar an unabhängige Anbieter verkaufen, also getrennt verkaufen und soll sich selbst eben für die nächsten zehn Jahre gar nicht als wettbewerblicher Mächtebetreiber am Markt betätigen. Und wenn man den Markt so ein bisschen verfolgt hat, dann weiß man, dass E.ON Metering extrem weit vorne dran ist, Energy Metering auch, und das jetzt aus dem E.ON Konzern herauszunehmen, würde schon bedeuten, dass da ein sehr, sehr groß, potenziell großer und wachsender Zukunftsmarkt praktisch nicht mehr zum E.ON Konzern gehören würde. Das ist gut für die gesamte Branche, das ist gut für den Wettbewerb, ist aber tatsächlich ein ganz schön einsteigendes Erlebnis für den E.ON Konzern, wenn es so kommen würde. Das sind jetzt also erstmal verschiedene Forderungen, verschiedene Auflagen, die diese zehn Regionalversorger so aufgestellt haben. Das ging auch die letzten Tage so ein bisschen durch die Presse. Und schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir haben, wie gesagt, noch in einem knappen Monat, bis die Entscheidung des Fusionskontrollverfahrens kommt. Es ist extrem spannend, was da passiert. Und es ist eben auch genau deswegen spannend, weil jetzt sich entscheiden wird, ob die Energiewirtschaft in Zukunft wieder durch einen maximal dominierenden Anbieter ja hier auch wirklich monopolistisch geführt werden könnte, oder ob es jetzt eine wirklich sehr krasse Stärkung des Wettbewerbs geben würde und E.ON relativ viel abgeben muss, um zumindest den größten Teil von Energy übernehmen zu können. Bleiben wir mal gespannt. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt die mal in die Kommentare oder habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Schreibt die in die Kommentare. Liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert. connector 8.5 gu.